Was für was geht Leute? Titanfall 2 Man kann ein Rainbow Ich hab so lange gesucht um Lobby zu finden Das wäre das Leben ja noch länger Und ich hab's nicht geschafft In das Grenzland, wo sich jeder krank Ich will nicht Ok Kilo, bringen wir es hinter uns Ganz ruhig, Schatten von Aktion Auslau Sie wird noch die Flüge Weitereinhalte Ich war kaputt! Schickt Hilfe! Der wollte ja unbedingt aufstehen Und Na So gut bin ich nicht in dem Spielbord Ich muss mal voraus sein Ich bin nicht in dem Spielbord Schattel Wow Ich bin nicht in dem Spielbord Ich bin nicht in dem Spielbord Oh Ich bin nicht in der Was ist bei dem los? Was war das? Warum war der so schnell? Das sind so viele Leute! Was war das? 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 Hallo Wenn ich nicht von der Rekam stehe ich nicht zu sehen Bereit machen für Titanfall Schalte alle Systeme auf manuell mit Trieb. Reaktor ungeschüttet. Ummanstellung ist beschützt. Wir liegen nur knapp in Führung, das haben wir! Voller Sprung! Jetzt bringen Sie es zu Ende, wir los! Voller Sprung! Schalte alle Systeme auf der linken Seite! Oh, was ist denn der jetzt mal? Wasserkämpfen, dann kriegen Sie Ihren Titan! Die Titan ist bereit! Oh! Was ist das denn? Drei Wachst für Titanfall! Oh, ja! Was ist das? Oh, ja! Oh, ja! Was ist das? Oh, ja! Wie schnell hat er mich gedowned? Bitte! Sie nutzen den hier! Da kommen Sie! Feuer frei! Nicht Kontakt, kommt kein Ziel! Geh! 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 Okay. Was ist der denn? Was ist der denn? Was ist der denn? Was ist der denn? Das macht schon die ganze Zeit. Nein, lieber nicht. Was ist der denn? Ja, irgendwie. Das wird wohl krank. Was ist das denn? Was ist der denn? Was ist der denn? Was ist der denn? Wir kommen zurück. Wir können immer noch aufholen. Wir können nicht mehr aufholen. Ja. Für Plasma Räuert. Ja. Ja. Deshalb. Echt nicht gut. Ich bin aber so und so und so und so ein Ding zerstören, sag ich. Oh, da hat Glück der Wichse, der hätte sowas von Glück Leute. Schade. Ich weiß jetzt nicht wie lange das Video ist, ich hoffe jetzt nur so im 10 Minuten Bereich. Ich habe drei Kills gemacht, ein Titan Cue und 49. Wird sich dieser Bot getötet? Ja, das geht sogar. Klar eigentlich. Das jubbt mich eigentlich nicht. Hoffentlich hat das euch gefallen Leute. Das war's Leute. Oh, was? Ja. Ja. Ja.